Vorspeisen bei Ramen, eher Teigtaschen namens Gyoza, sind gefüllt mit Schwein, Tofu, meistens mit Chinakohl und Jungzwiebeln. Das ist so ähnlich wie dem Ravioli oder dem Pimienis eigentlich, dass die Teigtaschen von einer Seite gebraten werden und von der anderen Seite gedämpft. Das ist eine typische Vorspeise bei Ramen oder Ramen-Restaurants. Das und vieles mehr findest du auf siebenhauben.com